Hallo liebe Made in 2 Community, hier spricht euer Bert. Und zwar, vor gehaumer Zeit hatte ich aufgehört Made in 2 zu spielen, jetzt seit der Serverfusion bin ich wieder dabei. Und jetzt mache ich quasi so eine Art kleines Promotion Video für mich selbst, einfach damit ihr wisst was euch in Zukunft erwarten wird. Und zwar werde ich die geplanten Versprechen wie z.B. den DT Run einhalten, ich habe es nicht vergessen. Ich arbeite jetzt wieder auf meine Quip hinaus, wo ich jetzt wieder angefangen habe zu spielen. Es werden auch noch weitere Projekte folgen, sprich ich werde so kleine Videos machen von Sachen die ich halt vorhabe. Und nebenbei werde ich jetzt in einem größeren Projekt machen, und zwar ist das ein Let's Play von Made in, und zwar mit meinem kleinen Charakter hier mit Bert. Und ich freue mich schon darauf, ich hoffe ihr könnt euch auch halbwegs darauf freuen. Ich weiß nicht ob es euch gefallen wird, ich hoffe einfach mal. Jo, das war's dann noch erstmal soweit. Wie gesagt, das ist jetzt nur eine kleine Ankündigung, wie und was es alles genau auf sich haben wird, wie es ablaufen wird, das werde ich dann noch später bekannt geben. Bis dann erstmal viel Spaß und, keine Ahnung, einfach cool bleiben und sowas, wisst ihr Bescheid. Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann!